In diesem Video geht es um die besten Tischgeschirrspüler. Der Qualitätssieger in unserem Tischgeschirrspüler-Test geht an den Medion Mini Tischgeschirrspüler. Mit diesem Mini-Geschirrspüler von Medion genießen Sie sogar im Urlaub maximalen Komfort. Der ebenso kompakte wie elegante Küchenhelfer findet in jedem Wohnwagen oder Campingzelt seinen Platz und ist damit der perfekte Begleiter für Ausflüge oder für die Ausstattung in der heimischen Gartenlaube. Der Clou die Spülmaschine funktioniert sowohl mit als auch ohne festen Wasseranschluss und ist somit wirklich überall einsatzbereit. So reinigen Sie im Urlaub im Handumdrehen zwei komplette Maske-Decke oder auch Babyflaschen, sorgen bei der nächsten Gartenfeier für Nachschub an frischen Bläsern und genießen einfach mehr Freizeit. Bis zu zwei Maske-Decke reinigt dieser Küchenhelfer mit einem Spülgang. Das spart Ihnen sowohl bei der nächsten Gartenfeier als auch beim Campingausflug Zeit und Nerven. Mit dem LED-Display haben Sie die volle Kontrolle über die sechs Spülprogramme und wählen immer den passenden Modus von der hygienischen Babyflaschenreinigung bis zum schnellen Spülgang für leichte Verschmutzungen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der HAWA Tischgeschirrspüler. Diese Arbeitsplatten Tischgeschirrspüler unterstützt zwei Wasserversorgungsmodi, einschließlich einem Wassertankmodus und Wasserhahnmodus. Fügen Sie einfach Wasser zu dem eingebauten 5 Litern Wassertank oder schließen Sie den enthaltenen Schlauch an den Wassereinlass und Wasserhahn. Ein kompaktes Design macht es perfekt für kleine Häuser, Wohnungen, Schlafseele, Boote und Camper sowie Wohnmobile. Unterstützt normal, schnell, eco, schwer Babypflege, Trockenmodus und Fruchtmodi für Ihre verschiedenen Geschirrbedürfnisse. Nach jedem Waschzyklus bietet ein extra Trockenmodus eine zusätzliche 60 Minuten Trocknung und bietet 72 Stunden belüfteten Lagerung, um Gerüche zu verhindern und Ihr Geschirr sauber zu halten. Diese tragbare Spülmaschine misst nur 42,8 x 42,5 x 45,8 cm, aber kann bis zu 4 volles Gedeck und bis zu 30 cm Geschirr in einem bestimmten Winkel vollgeladen werden. Das Lagerungsregal und Besteckkorb machen es einfach. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Tischgeschirrspüler-Test ist der Kompi CTG 556 N. Der flexible Geschirrspüler mit kompakten Abmessungen und elegantem Gehäuse passt überall dorthin, wo Sie ihn gerne aufstellen möchten. CTG 556 fügt sich harmonisch in Ihr Zuhause ein. Durch das flexible Racksystem mit dem herausnehmbaren Besteckkorb, vielseitigen Geschirrablagen, geneigten Tassenboards und zusätzlichen seitlichen Tellerhaltern können Sie bis zu 6 Maßgedecke einstapeln. Ihr Servierteller mit einem Durchmesser bis zu 250 mm findet hier problemlos einen Platz. 6 Spülprogramme, Intensiv, Normal, Echo, Glas, 90 Minuten und schnell sind auf unterschiedliche Reinigungsanforderungen abgestimmt und sorgen für die besten Spülergebnisse. Sie können den Spülvorgang in Ihrem bevorzugten Modus mit 2, 4 sowie 8 Stunden Startverzögerung programmieren, damit der Geschirrspülvorgang beispielsweise erst nachts gestartet wird, gegebenenfalls auch mit einem günstigeren Stromtarif. Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler bequem über das übersichtliche Bedienfeld mit 6 Spülprogrammen und 4 Hauptfunktionen. Zwei Warnanzeigen erinnern Sie daran, wenn Klarspüler oder Salz nachgefüllt werden muss, um immer hervorragende Reinigungsergebnisse zu erzielen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.